Es ist ein großes Jubiläum und ein großer Geburtstag. In diesen Tagen wird Niedersachsen 75 Jahre alt. Das sind 75 Jahre niedersächsische Kultur, Geschichte und Vielfalt. Seit einem Dreivierteljahrhundert ist Niedersachsen das zweitgrößte Bundesland Deutschlands und die Heimat von rund 8 Millionen Menschen. Mit Ministerpräsident und Landesvater Stefan Weil sprechen wir in Hannover über dieses ganz besondere Land und diesen ganz besonderen Geburtstag. Herr Weil, 75 Jahre Niedersachsen, das ist ja eine große Zahl, ein Dreivierteljahrhundert. Wie stolz macht Sie dieses Jubiläum? Naja, ehrlich gesagt, für Staaten und für Länder ist es jetzt keine besonders große Zahl. Da gibt es ja bekanntlich sehr viel ältere Staaten. Aber in diesen 75 Jahren ist in Niedersachsen wirklich ganz viel passiert und vor allen Dingen muss man sich immer wieder klar machen, wir hatten bei uns in unserer norddeutschen Tiefebene und um zu noch niemals ein Dreivierteljahrhundert in Frieden. In politischer und persönlicher Freiheit, mit alles in allem doch stetig zunehmendem Wachstum. Das ist schon etwas ganz Besonderes und deswegen empfinde ich es auch als ein stolzes Jubiläum. Ja, wenn wir eben mal zurückblicken auf die Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg, damals noch durch die britische Besatzungsmacht, als eben alles noch nicht ganz so rosig aussah. Wie wichtig ist es denn, dass man sich das eben immer wieder vor Augen führt, wie gut es uns heute eigentlich geht? Naja, nicht ganz so rosig, das ist wirklich eine große Untertreibung, denn in Wirklichkeit müssen es ganz schlimme Zustände gewesen sein. Wir müssen uns das vorstellen, da sind Millionen von Menschen durch Niedersachsen geirrt, teils als Kriegsflüchtlinge aus den Lagern beispielsweise, teils als Vertriebene, insbesondere aus den deutschen Ostgebieten. Die Städte waren zerstört, die Infrastruktur war zerstört, es herrschte Hunger und vor allen Dingen die Leute hatten keine Perspektive. Und dann wurden auch noch für jedermann deutlich diese unfassbaren Verbrechen, die in der Zeit des Nationalsozialismus eben auch in Niedersachsen begangen worden sind. Dafür steht der Name Bergen-Belsen. Wenn man sich das klar macht und das fällt uns wahrscheinlich heute unendlich schwer, sich das wirklich vorzustellen, dann wird erst auch deutlich, wie riesig der Fortschritt ist, den wir seitdem verzeichnen können. Denn in den vergangenen 75 Jahren hat sich Niedersachsen deutlich gewandelt, bringt immer wieder große Persönlichkeiten wie den ehemaligen Bundespräsidenten, Ex-Kanzler oder die amtierende EU-Präsidentin hervor. Aber auch Unternehmen von Weltruhm wie Balsen, Continental oder Volkswagen sind in Niedersachsen beheimatet. Wodurch ist Niedersachsen denn zu dem geworden, was es heute ist? Was macht unser Erfolgsgeheimnis aus? Es ist hinterher natürlich leicht zu sagen, aber persönlich bin ich davon überzeugt, erstens, Niedersachsen gehört ja zu den Gründungsländern der Bundesrepublik Deutschland. Also wir waren die Allerersten. Und die Bundesrepublik Deutschland, die ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Und diese Demokratie, in der wir leben, die ist gar nicht zu trennen, auch von dem Erfolg, den wir in Niedersachsen haben. Zweitens, wir haben ja schon gesprochen, auch über Zuwanderung. Niedersachsen hat immer wieder Zuwanderung erlebt. Und man kann sagen, unter dem Strich hat das sehr geholfen. Wir sind niemals nur immer im eigenen Saft gewesen, sondern wir haben immer wieder auch Anregungen von außerhalb bekommen. Das dritte Thema ist, glaube ich, unsere Mentalität. Wir sind ja sehr vernünftig, auch sehr gelassen. Aber was mir in Niedersachsen immer wieder vor allem gefällt, es gibt ein wirklich sehr bewusstes Gefühl für Gemeinschaft. Und dass wir dafür alle auch unseren Beitrag kleiner oder größer leisten müssen. Und das sind, glaube ich, nur einige dieser Erfolgsfaktoren. Und vielleicht noch ein letzter. Also in Niedersachsen wird eben auch einfach viel gearbeitet und hart gearbeitet. Und diese Bereitschaft zur harten Arbeit, die zahlt sich vielleicht dann eben auch irgendwann aus. Ob zu Lande oder zu Wasser, ob in den Bergen oder im flachen Land. Als oberster Repräsentant Niedersachsens ist der Ministerpräsident überall unterwegs, kennt Regionen, Bräuche und Traditionen wie kaum ein anderer. Mit all diesen verschiedenen Eindrücken im Hinterkopf, was ist denn für Sie typisch niedersächsisch? Ach, das typisch niedersächsische gibt es nicht. Rein kulinarisch betrachtet würde ich mal sagen, dass der Grünkohl oder gelegentlich wird er auch Braunkohl genannt, doch in den meisten Teilen unseres Landes sehr gern gegessen wird. Und was ich ebenfalls überall in Niedersachsen antreffe, das ist diese vernünftige Grundgelassenheit. Aber gleichzeitig so ein ausgeprägtes Gefühl für Gemeinschaft, wie ich eben sagte. Aber daneben gibt es natürlich viele andere Spezialitäten in den einzelnen Regionen dieses großen Landes. Ich sage mal, die Südniedersachsen und die Ostfriesen, die haben eben wirklich auch ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Naturell und man kann die einen nicht gut mit den anderen verwechseln. Sie haben die vielen kulinarischen Eigenheiten gerade angesprochen. Grünkohl ist eine davon. Sie sind ja selbst sogar mal amtierender Grünkohlkönig gewesen. Ich bin tatsächlich ein ausgesprochen großer Grünkohl-Fan. Nun kann man Grünkohl aber so rum und so rum machen. Wenn er sozusagen eine bessere Suppe ist, dann mag ich ihn nicht so. Aber es gibt so einzelne Rezepte, da merkt man, was für ein tolles Gemüse das ist. Und das ehrlich gesagt mit einem leckeren Bier vom Fass. Das zählt zu den größten Genüssen auf Erden, finde ich. Bleiben wir mal bei den Highlights. Wir haben Sie ja nach einem ganz besonderen Gegenstand gefragt, den Sie mit einem persönlichen Ereignis in Niedersachsen verbinden. Sie haben sich für diese CD hier von Lena Meyer-Landruth entschieden. Was hat es mit dieser CD auf sich? Das ist Satellite. Das ist der Song, mit dem 2010 eine bis dahin völlig unbekannte Schülerin aus Hannover ganz Europa gerockt hat. Ich habe sie kennengelernt, nachdem sie die deutsche Vorausscheidung gewonnen hatte. Und bei der Gelegenheit hatte sie mir einen der ersten Rohlinge von Satellite geschenkt. Damals war aber natürlich überhaupt noch nicht klar, dass sie damit auch in ganz Europa gewinnen würde. Und der Tag, als sie dann aus Oslo zurückkam, das war ein riesiges Fest. Da war innerhalb von kürzester Zeit der ganze Tramplatz in Hannover voller Menschen. Das mögen 20.000 gewesen sein. Eine wirklich tolle Fete. Und hat gezeigt, was für eine Begeisterungsfähigkeit in uns steckt. Ein großartiges Event. Ich glaube, da können sich viele noch daran erinnern. Blicken wir noch mal ganz kurz in die Zukunft. Auf was freuen Sie sich denn in Niedersachsen in den nächsten 75 Jahren? Also ich glaube, wenn wir in 75 Jahren dann das 150. feiern, dann werden viele sagen, ja, wir haben es gut hingekriegt. Vor allen Dingen, was wir bis dahin geschafft haben müssen, diesen grundlegenden Wandel, Digitalisierung, Globalisierung weiter auch aktiv zu begleiten. Also nicht nur zu warten auf das, was auf uns zukommt, sondern auch selber rauszugehen und was zu machen. Und vor allen Dingen, was wir natürlich in den nächsten 75 Jahren wesentlich besser in den Griff kriegen müssen, als in der Vergangenheit, ist das Thema Klimaschutz. Und ich glaube, das wird ein Thema sein, das ist auch in 75 Jahren noch nicht erledigt. Ja, wir alle werden ja diese niedersächsische Geschichte gemeinsam weiterschreiben. Vielen Dank erstmal für das Gespräch, Ministerpräsident Stephan Weil. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Noch mehr spannende Talks mit unseren Landespolitikern findet ihr hier auf diesem Kanal. Am besten jetzt schnell abonnieren oder ihr schaut einfach mal ganz klassisch unsere Regionalsendung im Fernsehen an. Immer montags bis freitags zeigen wir euch um 18 Uhr jede Menge informative und unterhaltsame Geschichten aus Niedersachsen und Bremen einschalten. Lohnt sich also. Bis dann.